Pressesprecher Wolfgang Büschner des Kinder- und Jugendhilfswerkes Arche in Berlin rechnet jetzt gnadenlos mit der katastrophalen Ampelpolitik ab. Er kommt wirklich aus der Praxis und erzählt, wie ihre Schützlinge von kriminellen Clans angeworben werden, von Gewalt bis hin zu Kinderehen. Ja, die sind mittlerweile fast normal in Deutschland. Büschner erzählt sogar, wie verschiedene Politiker, wie Riccarda Lang, Olaf Scholz oder Lisa Pausen der Arche zu Besuch waren, nur um am Ende schicke Pressefotos mit den Kindern zu machen und für ihre Parteien zu werben. Unterstützung gab es aber von ihnen nie, weil er, wie er später erfahren hat, zu kritisch war. Schaut euch das Video unbedingt bis zum Ende an, teilt es mit Freunden und Familie, damit die Menschen endlich sehen, was in diesem Land abgeht. Ich kann ganz klar sagen, die Integration vieler junger Menschen, der meisten jungen Menschen, die wir kennen aus unseren Einrichtungen, ist gescheitert. Wir haben sie ins Land geholt. Frau Merkel hat gesagt, wir schaffen das. Frau Baerbock sagt, ihr seid alle willkommen. Und damit meinen Sie, haben wir manchmal den Eindruck, die NGOs in diesem Land, die Tafel, die Arche und andere NGOs. Man muss wirklich sagen, wir haben Brennpunktschulen, da sind sie zu 90 Prozent unter sich. Mich hat vor einigen Wochen ein Jugendlicher angerufen und hat gesagt, Wolfgang, ich brauche dringend 300 Euro, das ist wirklich so, ich würde dich sonst nicht fragen. Und dann habe ich ihm gesagt, was machst du, wenn ich die dir nicht geben kann, sagt er ein Bruch. Diese Kinder werden später alle vom Bürgergeld leben, das werden alles wir bezahlen. Sie werden kriminell werden, werden wir mit dem Steuerrad jetzt nicht rumreißen. Und das war noch der harmloseste Teil, aber er bringt es natürlich auf den Punkt, all das werden am Ende wir mit höheren Steuern bezahlen. Wer denn sonst? Und die Mentalität der Jugendlichen wird hier auch schnell klar. Entweder der Betreuer gibt ihnen das Geld, was sie wollen, oder sie brechen eben irgendwo ein und besorgen es sich auf diese Weise. Das liegt natürlich auch an einer völlig gescheiterten, wenn nicht gar einer nicht vorhandenen Erziehung, aber auch an einer importierten Mentalität. Wir reden hier ja praktisch nur von Migranten. Aber bei Büschners nächstem Bericht bleibt einem wirklich die Luft weg. Also mir haben Jugendliche gesagt, zuerst schneiden wir den Christen die Kehle durch, dann schneiden wir euch Deutschen die Kehle durch. Viele haben gesagt, und in Hamburg hat mir jetzt ein Archeleiter gesagt, der beste deutsche Politiker, den ihr je hattet, war Adolf Hitler. Also viele werden radikalisiert, sie bringen ja auch ihre radikalen Prediger mit. Die haben zu Ihnen gesagt, sie schneiden Deutschen die Kehle durch. Ja, wir schneiden, wenn wir die Mehrheit haben und wir haben bald die Mehrheit. Ja, das ist schon wirklich heftig. Und sie bringen ja auch gerade ihre radikalen Prediger mit nach Deutschland. Ich war selber vor ein paar Jahren in Palästina. Wisst ihr, was ein Taxifahrer dort zu mir gesagt hat, nachdem ich ihm erzählt habe, dass ich aus Deutschland bin? Ah, Deutschland! Wir brauchen euren Hitler! Die lachen sich kaputt über unsere, wir sind alle bunt und haben uns alle lieben, Mentalität. Und dass wir bald in der Minderheit sind, damit hat er ja vollkommen recht. Deutschland hat jetzt die niedrigste Geburtenrate seit 2009. Und um das Problem auch nur irgendwie halbwegs in den Griff zu bekommen, gibt es nur eine Lösung. Und die spricht ja auch ganz klar an. Also im Prinzip müssen wir erstmal für eine gewisse Zeit die Grenzen dicht machen, damit wir die Menschen integrieren, die hier sind. Wir müssen uns nichts vormachen. Ich hatte das schon gesagt, die bleiben alle hier. Da geht keiner von wieder zurück, von den jungen Menschen. Wir haben in Deutschland 700.000 Wohnungen zu wenig. Ein Politiker hat das noch aufgerundet zwischen 700.000 und einer Million. Wir haben keine Kitas, wir haben keine Schulen, wir haben keine Kinderärzte, wir haben keine Ärzte. Wir haben also keine Infrastruktur. Und wir dürfen uns nicht einen in die Tasche lügen. Und das machen wir uns. Jeder Politiker, jede Politikerin im Moment, die sich dazu äußert, lügt, wenn sie sagt, wir schaffen dieses Buch. Und das Schlimme ist, dass viele Politiker sogar wissen, wie katastrophal die Situation ist, sich aber nicht trauen, es anzusprechen, weil sie nicht in die rechte Ecke geschoben werden wollen. Büchner war nämlich mal im Deutschlandfunk und hatte darüber geredet, wie katastrophal die Lage an den Schulen ist, an denen teilweise nur noch Migranten sind. Ich habe beim Deutschlandfunk über Brennpunktschulen diskutiert und habe gesagt, warum gibt es die überhaupt? Warum verteilt man die Kinder nicht? Und dann hieß es offiziell zumindest während der Sendung, geht nicht, wir haben ein Gesetz, das kinderwohnungsnah eingeschult werden müssen. Und nach der Sendung kommt eine SPD-Politikerin zu mir und sagte, Herr Büscher, wollen Sie, dass Ihre Kinder mit denen in einer Klasse gehen? Ja, sowas sagt sogar eine SPD-Politikerin, wenn die Mikrofone aus sind. Sie wollen selber nicht ihre Kinder auf eine Schule bringen, wo so viele Migranten sind. Aber in der Öffentlichkeit schwadroniert man natürlich von Vielfalt und Inklusion und wie bunt wir doch alle sind. Aber jetzt wird es wirklich heftig. Hört euch mal an, welche Politiker alle schon bei ihm waren. Nicht, weil sie etwas an der Situation ändern möchten, sondern natürlich nur, weil sie für ihre eigenen Parteien werben wollen. Aber das Problem ist, dass viele der Politiker, wir haben sie alle in der Arche gehabt. Der Bundeskanzler war in der Arche, Ricarda Lang war in der Arche. Sie waren alle bei uns, sie haben alle fleißig zugehört. Und dann sind sie nach Hause gegangen und von keinem haben wir je wieder was gehört. Und das ist doch traurig. Sie fragen uns an, könnt ihr für unser Parteiprogramm ein Basismaterial schicken? Was meinen Sie, wie oft wir gefragt werden für Parteiprogramme, was zu liefern? Wie viele Spenden erhalten Sie dann eigentlich? Ja, wir müssen, das müssen Sie sich mal vorstellen. Mir hat ein ehemaliger Berliner Bürgermeister gesagt, wenn ihr in den Medien die Schnauze haltet, bekommt ihr auch Geld von uns. Wir kommen keinen Cent öffentliche Gelder. Wir brauchen dieses Jahr 22 Millionen Euro, die wir durch Privatspenden einholen müssen. Ja, weil er, wie wir hier ganz deutlich sehen, nicht brav den Mund halten kann. Wie man ihm aber ans Herz gelegt hat, könnte sich das ja ändern, wenn er nur endlich mal mitspielen würde. Und dann unsere bunten Politiker, die sich einen Dreck für die Sache interessieren, sondern eigentlich nur Parteiwerbung machen wollen. Aber das Allerbeste kommt jetzt. Das Allerschlimmste Beispiel war, als Lisa Paus bei uns war. Die ist durchs Haus gelaufen und hat dann als ersten Satz den Gründer der Arche angesprochen, wie viele Gottesdienste lesen Sie denn so in der Woche? Also eine vollkommen planlose Frage. Sie hat sich nicht über die Kinder informiert. Sie hat nicht mit Kindern gesprochen. Sie wollte ein paar Fotos machen für ihre PR-Zwecke. Eben, und es ist gerade als Familienministerin besonders schön, wenn man dann auf den Fotos noch ein paar Kinder hat. Fotos reichen dann aber auch. Aber das nächste Thema ist wirklich ernst, aber leider in Deutschland durch die massive Migration praktisch zur Normalität geworden. Auch ein Phänomen in unseren Häusern. Ich sehe arabische Mädchen mit Schleier im Kinderbereich, also bis zwölf Jahre, im Jugendbereich sind die verschwunden. Und wenn ich dann mit unseren verantwortlichen Pädagoginnen oder Pädagogen spreche, sagen die mir, ich möchte gar nicht so deutlich drüber reden, aber wir haben Probleme mit Zwangsheiraten. Ja, natürlich, auch in unserem Land, da ist vieles noch absolut üblich. Ja, die Leute sind dann immer ganz verwundert, aber das ist eben in den eingewanderten Kulturen völlig normal. Und diese Angewohnheiten legt man dann hier auch nicht ab. Hier zum Beispiel ein Bericht von der Welt über einen Zürer, der hier ziemlich gut vom Bürgergeld lebt. Er selbst ist Analphabet und kann deshalb nicht arbeiten, hat aber drei Frauen, von denen zwei durch den Familiennachzug mit nach Deutschland gekommen sind. Seine erste Frau war zum Zeitpunkt der Hochzeit 14, seine zweite Frau 13 Jahre alt. Er sagt auf jeden Fall, dass es ihm in Deutschland sehr gut gefällt. Und das ist doch das Wichtigste. Kommen wir aber nochmal zu einem ziemlich lustigen Punkt, der wieder mal die völlige Abschottung der Politik von der Realität zeigt. Ja, im Grunde regelrecht deren Angst vor der Realität. Ich war ganz, ganz, ganz lustig vor einigen Monaten in einer Talkshow mit Jörg Pilawa und der hat versucht, Politiker einzuladen. Es war jemand von der Tafel da und ich von der Arche. Er hat 23 Absagen bekommen. Alle haben gesagt, wir wollen nicht mit den Praktikern diskutieren, weil die ja aus der Praxis erzählen können, wie es in der Tat aussieht. Und das spricht auch Bände. Allerdings, besser könnten sie ihre Unfähigkeit nicht auf den Punkt bringen. Und wie es übrigens mit den Karriereaussichten der Jugendlichen aus der Arche aussieht, erfahren wir jetzt nämlich auch von Herrn Büschner. Hier bemüht sich nämlich schon mal der sogenannte Remmo-Clan, um die Jugendlichen abzuwerben. Also das ist ja, Herr Büschner. Wie es aussieht, kürzlich hat ein, im letzten Sommer war das, der Chef eines großen arabischen Clans, hat Geburtstag gefeiert in einem Park und hat Jugendliche eingeladen, dort hinzukommen. Sie bekommen einen kostenlosen Döner und kostenlos was zu trinken. Die Jugendbereiche an diesem Tag in den Berliner Archen waren leer. Ja, der Kollege hat, übrigens ein ganz bekannter, auch in den Medien ein bekannter arabischer Clans-Chef, hat Selfies mit den Jugendlichen gemacht. Wir haben sie selber gesehen, die Jugendlichen haben sie uns gezeigt und man hat sie eingeladen später, wenn ihr von der Gesellschaft vergessen werdet, bei uns werdet ihr aufgenommen. Dort werden sie definitiv mit Kusshand aufgenommen und ausgebildet. Und was aus ihnen später wird, kann man sich schon mal denken. Der Remo Klein ist übrigens jener, der in Dresden im grünen Gewölbe eingebrochen ist und dort die Juwelen geklaut hat. Aber zum Glück haben die Jungs am Ende nur eine milde Strafe bekommen, da man sich am Schluss darauf geeinigt hat, sie geben ein paar der Juwelen zurück, was sich am Ende strafmildernd auswirkt. Die Kosten für die Pflichtverteidiger beliefen sich in dem Prozess übrigens auf 113,8 Millionen Euro. Die Kosten trägt selbstverständlich der Steuerzahler. Und weil man in der Debatte auch über das sogenannte Demokratiefördergesetz von Nancy Faeser und dieser Paus diskutiert hat, kam hier von Herrn Schule nochmal ein sehr guter Kommentar, was Demokratie eigentlich bedeutet. Ich fördere, dass man Toleranz gegenüber Migranten haben will, dann gehört zur Demokratie auch, dass jemand sagt, nein, ich möchte keine Migration. Wenn ich Offenheit haben möchte für eine bunte Gesellschaft, dann ist es absolut zulässig, dass es jemanden gibt, der sagt, nein, ich möchte gar nicht, dass sich mein Land verändert. Ich möchte das so haben. Das kann man blöd finden, aber es ist zulässig und das gehört einfach zur Meinungsauseinandersetzung dazu und das wird eben gerade nicht gefördert. Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Link zum kompletten Interview ist natürlich in der Videobeschreibung. Wenn es gefallen hat, gerne teilen, like und abonnieren. Und wer Lust hat, kann auch gerne über eine Kanalmitgliedschaft nachdenken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.